Und jetzt berichten wir heute Andrea Spatzeck und Biggie Lechtermann schon zum dritten Mal aus Nepal. Und es bleibt und wird absolut spannend auf unserer Projektreise, die wir ja für Handicap International machen. Biggie, du hast doch erzählt, dass du eine Kette gekauft hast bei dieser buddhistischen Stupa. Jetzt erzähl mir doch mal, was damit passiert ist. Long story, make it short. Auf jeden Fall fangen wir mal damit an, dass wir heute eine Audienz beim Ring, sag du's. Rimposche oder Rimpose, es kommt drauf an, also Rimpuche. Ja, jetzt müssen wir euch erstmal erklären, was das überhaupt ist. Also das ist, das macht besser Andrea. Das ist ein Ehrentitel, der quasi wie so von einem Lehrer an seinen Schüler quasi vergeben wird. Und das wird aber ganz selten nur vergeben. Und das wird nur an die vergeben, die wirklich jahrelang meditiert haben. Und der Rimpuche, den wir getroffen haben, das ist ein Nicht-Tibeter, der erste Nicht-Tibeter, der diese Auszeichnung gekriegt hat. Und alles andere erzählt euch jetzt die Biggie. Auf jeden Fall saß er, wie sich das für einen so weisen Mann gehört, auf einer Erhöhung wie so eine Tempelkutsche in einem wunderschönen, ja man muss sagen Tempel, hinten auch Buddha-Figuren. Der hat ja irre viel studiert, der hat Buddhismus studiert, ich glaube Hinduismus hat er studiert. Dann hat er noch, er war überall unterwegs, auch in vielen Ländern. Dann hat er, Achtung, festhalten, 21 Jahre meditiert. 21 Jahre. Und Andrea fragte dann zum Schluss, ob er denn zwischendurch auch mal gesprochen hat. Ja, und dann hat er erzählt, ja mit seiner Frau hätte er schon gesprochen, er hätte auch gegessen und so weiter. Also es ist nicht so, dass er es nur dort gesessen wäre und jetzt 21 Jahre nichts gemacht hat. Seine Frau war happy, dass er 21 Jahre nichts gesagt hat. Auf einmal hat er gesagt, ich weiß auch nicht. Ich habe Hunger. So was. Nein, aber ganz ernsthaft, er war sehr weise, er hat einen Vortrag gehalten, er hat viel darüber gesprochen, wie wir eigentlich leben sollten. Wie wir eigentlich die Dinge wie Unruhe, die Dinge wie, dass man zum Beispiel Stress vermeidet, dass man aber auch, ja wenn man reich sein will, unbedingt, 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 dass das einfach nicht zu innerem Frieden führt. Also er hat toll, er hat sogar etwas zum Thema Ukraine-Krieg gesagt, auch zum Thema Russland. Er hat gesagt, dass er das natürlich absolut verheerend findet, er hat gesagt, dass er das ganz schrecklich findet und er hat sehr viel auch über das Thema Frieden, wie es auch Frieden auf der Welt geben kann. Es war beeindruckend. Ja, es war sehr beeindruckend, vor allem, weil er gesagt hat, dass Glück nicht das Gegenteil ist von Leiden. Irre. Auf jeden Fall, wir haben gebannt zugehört und jetzt kommen wir zur Kette. Und jetzt kommen wir zur Kette, weil Biggie wollte unbedingt gesegnet werden und sie ging hin und er hat ihre Kette gesehen und hat die Kette berührt und in seinen Händen so wirklich wie warm gerieben und Biggie ist ganz glücklich. Ich bin erleuchtet. Nein, aber jetzt muss ich sagen, er hat mich dann tatsächlich auch noch gesegnet, wenn man das so sagen darf, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es, das war für mich so ein Erlebnis, weil das auch ein so weiser Mann war. Ich hatte fast Tränen in den Augen. Ja, Biggie strahlt jetzt noch. Also ich glaube, sie zehrt davon in den nächsten fünf, sechs, sieben, acht, neun Tagen oder Wochen. Ich bin ein bisschen erleuchtet, darf ich das so sagen? Wir melden uns wieder. Grüße aus Nepal. Namaste.